Ich schwöre, Dennis Undaf hat uns gef... Oder, das war seine Saison, wo er danach nach Belgien gegangen ist. Wir haben wirklich 1-0 geführt, der Typ kam rein und der hat, ich schwöre es euch, gefühlt mit halber Kraft gespielt, sah das aus. Der hat uns auseinandergenommen, der hat uns wirklich auseinandergenommen, ich fand den so krass, der hat da so krass, also der hat wirklich da so, ich fand ihn nicht so schnell oder so, aber er war so krass intelligent, in welchen Räumen er sich bewegt und er konnte den Ball abschirmen, das war krank. Also ich kann mich noch 1-1 erinnern, wir haben gegen Meppen geführt, 1-0, Dennis Undaf kam rein und hat ganz kurz den Schalter umgedreht und hat uns richtig geschallert, richtig, auf dieses Unangenehme. Und da habe ich auch gesagt, ey, wie kann das sein? Wie kann das sein?